Hi, ich bin's der Leon für TreuTools und heute möchte ich euch die App ClockSync vorstellen. Das ist nämlich ein sehr schönes Programm für Nutzer eines gerouteten Smartphones, denn dieses Programm stellt euch eure Uhr im Smartphone, die ja immer mal wieder ein paar Sekunden nachhängen kann, unter Umständen sogar ein paar Minuten, je nachdem wie man sie eingestellt hat, nach der Atomuhr. Das Ganze funktioniert auch für Nicht-Root-User, allerdings hauptsächlich für Root-User. Aber zeigen möchte ich euch das jetzt einfach, indem wir hier mal Update Time sagen. Wir sehen jetzt hier den Unterschied zwischen der atomaren Zeit und der Systemzeit und dann sagen wir einfach jetzt, da wir ja ein geroutetes Handy haben, sagen wir Synchronize und ganz leicht, wir haben hier Local Offset von 0,0. Das ist eine sehr schöne Sache. Für die Nicht-Root-User unter euch, könnt ihr einfach hier bei, wo ist es, Moment, Rootless Mode, den hier aktivieren, wir können jetzt hier auf Update Time und ja gut, jetzt haben wir keinen wirklichen Offset hier. Wir könnten jetzt allerdings, hätten wir einen Offset, könnten wir jetzt über die App automatisch die Systemzeit öffnen und dort von Hand nachstellen. Das ist auch eine schöne Sache für Nicht-Root-User. Einiges ist natürlich für geroutete User wesentlich praktischer. Wir können auch hier unten einstellen, dass man immer, wenn das Gerät startet, kurz die Uhrzeit abfragt und dann auch aktualisiert und so weiter und so fort. Das sind schöne Einstellungsmöglichkeiten, die ich hier einfach mal im Hintergrund durchrauschen lasse. Und damit würde ich sagen, habe ich euch die App kurz vorgestellt, viel gibt es dazu nicht zu sagen, ist halt sehr praktisch und finde ich eine schöne Sache. Und bis dahin verabschiede ich mich auch schon wieder. Und dann würde ich sagen, abonniert DTZ, ich bin dann mal weg. DTZ, ich bin dann mal weg.